Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Skin-Gameplays mit Miriam Gleich. Hier haben wir den Vulture-Skin, der heute neu herausgekommen ist. Sieht ziemlich cool aus, das Teil. Schaut euch mal hier diese geilen Licht-Effekte an im Dunkeln. Mega cool. Jo, würde ich mal sagen, lassen wir es gleich mal ein bisschen laufen hier. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Eitenshaut unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt sie uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, da er auch den passenden Gleiter dazu hat, werden wir jetzt mal das Ganze ohne Musik einfach mal starten. Damit man auch hört, ist dieser Gleiter laut. So sieht der Gleiter aus. Einen schönen Hit verteilt. Und da hat er auch die Picke. Habt ihr es gesehen? Er hat die Picke. Die können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen. Das habe ich so in der Form ja auch noch nie gesehen. Wie sieht das denn aus? Das ist ja total crazy. Eine richtig crazy Situation gerade hier. Und da ist er. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Oh. Ah. Okay. Habt ihr auch noch nicht gesehen. Da hat er die Picke. Ja. Ja. Das heißt, so sieht die Picke dann im Spiel aus. Ziemlich fett, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Können wir auch gleich mal hören. Okay. 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 Das ist er sofort gewesen hier. Zu zweit gegen den Mech. Und der Herr sofort, denke ich, macht den Mech, glaube ich, sogar kaputt. Er hat irgendwas gesagt. Oh. Heieiei. Was für eine krasse Situation. Ja. Und? Da will ich noch mal kurz gucken. Kriegt er den? Er kriegt ihn, glaube ich, down, soweit ich es weiß. Jawohl. Er hat ihn down bekommen. Da sieht man es dann auch, oder? Ja. Oh. Ja. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Zeitlupe an. Da unten rechts sieht man dann auch den Mech, den er sofort angegriffen hat. Den hat er tatsächlich down and down bekommen. Jo, der Gleiter ist mega leise. Schauen wir mal von vorne, von unten, von der Seite, von oben. Hm, sieht echt cool aus, das Teil. Mega geil. Okay. Ja, da rechts bin ich. Hallo. Wolltest du mir den Killer auch noch abstauen oder was? Hast du vorher schon gemacht? Ja, da rechts bin ich. 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 Oh, nice kill. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte den Daumen da rum, da schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator Code sofort du gleich. TTV. Ja, und schaltet sich mal wieder an. Hau rein, mach's. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.